Nachricht. Eiländer. Melissa hat sich dazu entschieden, die Villa freiwillig zu verlassen. Das bedeutet, dass heute Abend die zwei Single-Männer, Alex und Marcel, leider ausziehen müssen. So sind die Regeln. Hashtag 2 zu viel. Hashtag Grüße an Pietro. Das ist für Pietro. Wenn wir rauskommen, heißt es Melissa Lombardi. Gut, so lustig wie es für Diana ist, ist es für Alex und Marcel nicht. Aber man kann Pleiten ja auch mit Humor nehmen. Vor allem, wenn sie einen nicht selbst betreffen. Alles, alles Gute dir für dein weiteres Leben. Danke, danke, danke. Danke, man dir auch. Du bist so eine tolle Frau, Melissa. Unglaublich. Pietro wartet auf dich. Du bist so dumm. Ich meine es ernst, du hast dir alles bestellt. Du hast dir verdient. Tut mir leid für diese Zeit einfach. Alles war trotzdem schön. Behalt einfach die Frau. Behalt sie einfach. Ja, okay, du kannst wieder loslassen, sonst muss ich die ganze Zeit heulen. Ach, Melissa, sei nicht traurig. Du hast hier den einen gesucht und du hast sie alle bekommen. So viele tausende Fans und Verehrer. Einer von denen ist bestimmt der Richtige. Danilo war es halt leider nicht. Ich bin immer der Arsch. Du bist nicht der Arsch. Das bist du nicht. Ich merke halt auch an euch, dass ich halt auch einen Platz habe. Auf jeden Fall. Und ich bin hier so viel Stärke geworden. Als ich den Anruf bekommen habe, du bist bei Love Island, habe ich gedacht, Alter. Was hast du gemacht? Ich bin, nein, ich dachte, Alter, ich bin ja doch, irgendwas ist an mir besonders, weil ich einfach den Glauben an mich verloren habe. Und dann bin ich seit einem Monat hier und ich bin so über mich hinausgewachsen. Du bist unnormal, unnormal. Wirklich, Melissa. Ganz viele Frauen werden sich in dir wiedersehen. Und deswegen bist du so gefeiert. Sie fühlen sich verstanden. Und das, was du heute ausgesprochen hast, wirklich, das ging unter die Haut. Wirklich, ich bin echt mega stolz auf dich, Melissa. Das ist für Melissa. Oh, Schatzi. Mach's leid. Du kriegst noch drei zum Mitnehmen. Futtern kann sie immer. Gott, ist die süß. Du warst hier echt wirklich die Person, die am ehrlichsten war. Am herzlichsten. Das muss man echt mal ganz sagen. Oh Mann, jetzt schlafe ich ohne euch. Ohne das Geschnarche von Mischa. Äh, was mache ich ohne dich hier? Ich springe alleine rum, oder was? Halt, Stein, Mann. Verhaltet euch einfach, bitte. Du fischst. Ich bin hier nicht umsonst. Du fischst, Barbara. Niemals gehst du wieder in diesen Container. Niemals. Fabi. Perfekte Entscheidung. Alles, was ich gemacht habe. Sorry, es tut mir leid. Nein, 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 nein. Ich befürworte das und ich unterstütze das. Perfekt. 100% real. Ja. Mein Schatz. Boah, ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Du hast keine Ahnung. Abonniert den Love Island Channel, aber vergesst dabei die Glocke nicht. Was ist? Das war ganz schön. Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe.